Die Hauptaussage von dem Video werdet ihr wahrscheinlich schon im Thumbnail und überall gesehen habe. Seid ihr noch aktiv? Und das wollte ich jetzt einfach mal testen. Und wenn ihr jetzt dieses Video angeklickt habt, weil ihr Thumbnails hier habt, dann schreibt es in die Kommentare, Koffen dann Nilo, bisschen Premium auf Gomme, dankeschön. Hashtag aktiv oder lasst mal ein Like da, damit ich wirklich weiß, wie viele von euch noch wenigstens da sind. Wie viele Leute jetzt inaktiv waren. Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Jump League. Heute mal wieder mit dem Lozuni und als Special Guest noch den Max dabei. Hallo. Hallo und der Jochen will mal wieder nichts sagen. Ja, so richtig nett. Richtig nett. Hätte ich noch eine Begrüßung. Und die Hauptaussage von dem Video werdet ihr wahrscheinlich schon im Thumbnail und überall gesehen haben. Ich bin Naikai. Und zwar seid ihr noch aktiv? Und das wollte ich jetzt einfach mal testen, bevor jetzt am Sonntag bzw. morgen das Varo bzw. Mine War Video kommt. Jo, hier meldet sich nochmal der Danilo aus dem Schnitt. Also ich habe jetzt gerade erfahren bzw. es ist jetzt eigentlich die Mine War Aufnahme gewesen vor 3-4 Stunden. Aber es ist was dazwischen gekommen, warum, weswegen oder warum das nicht stattfinden konnte. Das heißt, morgen wird kein Mine War kommen, vermutlich. Also es sei denn, dass ich kriege es irgendwie noch am Samstag hin oder so. Ich habe bis jetzt noch keine nähere Informationen. Aber es wird auf jeden Fall, denke ich mal, nicht am Sonntag kommen auf meinem Kanal, sondern da wird dann eine Folge Minecraft Frozen mit dem Jason eventuell kommen. Also seid mal auf jeden Fall gespannt. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Und wenn ihr jetzt dieses Video angeklickt habt, weil ihr das Video oder das Samtnex hier habt, dann schreibt ihr automatisch 500 Euro an sein Konto. Genau, dann schickt mir einfach mal 500 Euro an nichts. Schreibt es in die Kommentare. Kommt mal Nilo bisse Premium auf Gommet, danke schön. Hashtag aktiv oder lasst mal ein Like da, damit ich wirklich weiß, wie viel von euch noch wenigstens da sind. Wie viele Leute jetzt inaktiv waren. Schreibt es wirklich mal in die Kommentare, weil das interessiert mich echt mal. Hashtag aktiv. Weil es in der letzten Zeit jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen ist und das war jetzt der vor dem wahre Video. Nein, ich bin so ein Dummkopf vom Jack bei Moodle 4, wo so easy ist. Oh Mann, ich bin so ein Bobbycar. Ich bin bei Moodle 3 und komme einfach nicht weiter so richtig gut. Ich bin natürlich vorne easy. Xix, it's Bobbycar PvP. It's Bobbycar PvP. Du hast jetzt gerade eingeblendet. Xix, it's Bobbycar PvP. Was soll ich da einblenden? Ja, so Schrift hat den Namen von dem Account, wie er denn heißt. Also wenn ihr noch was Lustiges braucht, guckt mal auf Takaischis Kanal vorbei. Ja, hast du das noch nicht mal gesehen? Das Video, wie man sich die beste Minecraft-Nahe macht. Das hat das schon für Ewigkeit aufgenommen. Ja, klar. Ich feiere das immer noch. Ich habe das von Anfang an jetzt mal wieder geguckt, wie du da was so unglaublich feierst. Genauso wie die MLG-Challenge. Oh Mann. Bitte keine Verweise auf alte Kanäle. Ja, aber das Video ist ja wirklich noch qualitativ hochwertig. Das soll ich schon auf deinem neuen Kanal auch mal bringen. Hat jemand von euch ein Dia? Nee. Äh, nee. Aber einen Eiser. Ja, nicht für dich, Max. Aber einen Stick habe ich. Aber du hast echt ekelhaft. Also ich kann mir ein Feuerzeug machen. Soll ich mache, Jochen? Äh, ich habe auch Zweifel und habe keinen Eiser. Äh, wo geht es bei Moto6? Aber ich habe einen Eiser noch. Ja, dann macht ihr noch eins. Soll ich eins mache? Ah, hier. Ich kann zwar mit Feuerzeug absolut nicht umgehen, aber... Dann gibst du mir. Dann gibst du mir. Ja, kann ich echt machen. Na, aber gucke. Wird sich herausstecken. Oh nein, ich bin so ein Bobbycar. Oh, richtig geil, das ist ein Clip schon. Bin ja auch gar nicht eingespielt, oder so? Ja, Jumpy bin ich. Komm, ich verteile keine guten Kombos. Also ich habe vorher den Adventskalender auf Timoliak gespielt, also mega geil. Den feiere ich gerade. Richtig. Ich habe einen Eiser, ich kann mir auch einen öffnen erst mal. Wie schlecht bin ich gerade? Mann, ich komme bei Moto6 nicht durch. Ja, die andere, gehe eigentlich die andere Parts durch. Ich muss halt bei Moto8 durchkommen. Ich habe jetzt vier Minute Zeit. Okay, da verlässt Jochen einfach mal. Äh, wartet mal kurz. Da verlässt Jochen einfach mal. Die Aufnahme? Juckt die nicht? Servus. Ah, auch mal wieder da. Ich suche, mach's, und die wollen weiterspringen, weil du es sonst findest. Ja, nee, du bist ja jetzt auch vor mir. Ich habe den Teil, das Teil da nicht geschafft. Ich bin ja der Müd-Expert in Person, Jochen. Oh Mann, ich hasse das Modul. Ich müde mich nie. Ja, gut, jetzt mittlerweile hatte ich gar nicht mehr so oft, gell? Ah, nee, nie. Ja, aber früher war das richtig extrem, Alter. Wenn du das mal mitkriegst, das wäre... Das war so alle fünf Minuten, mindestens zehn Minuten. Also jetzt ohne Übertreibe. Also das war echt extrem. Ich bin den Weg bei Moto6 einfach nicht. Ah, hier muss man lang. Moto8 ist auch richtig ekelhaft. Ja, ich bin jetzt bei Moto10, aber ich glaube, ich finishe das nicht. Füße ich jetzt. Denkst du, was ist das Beste? Hat ihr mal eine Chestplate für mich? Ja, ich habe eine Gold-Chestplate. Ich habe eine Chain, aber ich glaube, das ist ja eh nicht besser. Braucht jemand eine Eiser-Action? Die Chain ist nicht besser wie Gold. Doch, doch. Ist es. Nein. Das ist zwar mehr Rüstungspunkte, aber das ist trotzdem besser. Hält's ab, oder? Doch. Ja. Was bringt das? Weißt du, das ist die Skie beim Goldhelm und beim Eiserhelm. Die haben auch gleich viel Armour-Power, aber die bringt Goldhelm, äh, Eiserhelm trotzdem mehr. Ja, die haben mehr Duability. Hey, bist du gleich vom Ding? Vom Tier? Ja, ich bin vom Checkpoint, aber ich bin, ich muss immer zurück, weil das ist das Zaun-Modul und da musst du wieder den ganzen Paket zurücklaufen. Nein, ich habe den Spruch vom Checkpoint verkackt. Oh Mann. Oh shit, der war richtig schlecht. In der Tat. Ich habe einfach drüber gelaufen über den Zaun. In der Tat. Daniel hat schon FNS gemacht? Nee, noch nicht. Mach ich dann, wenn ich im Ziel bin oder halt, wenn ich dann... Hast du eine Werkbank? Nee. Und Schett, ich hätte schon Eiser schon machen können. Oh ja, echt schon. Shit. Hat jemand eine Werkbank? Du hast keine, gell? Max? Nein, Schett, ich hätte... Ich meine, ich mit meinem Boss-Equip mal wieder. Hier. Wo bist du? Ich habe immer alles. Also du musst wissen, dass er erst Faizons kommen, wo einfach so aus Spaß, oder? Also... Ja. Nee, das meinte er. Nein, das meinte er. Er meinte halt richtig, ja. Aber neulich habe ich echt mal eingesehen, der hieß... Das war gestern, gell? Da hieß Faizons Leitung oder sowas. Ja, auf Heifern. Solche Narbe sind einfach die Beste, halt. Ich feiere sowas. Irgendwie solche, solche... Zum Beispiel jetzt auch logischer oder so jetzt irgendwie... Ja, so ein bisschen komisch. Man kann sich ja nichts eigenes überlegen oder so. Aber ich finde, ich finde, klappen. Äh, soll das eine Beleidigung sein? Ja, das soll eine Beleidigung sein. Gell, was soll das heißen mit meinem zweiten Affahren? Und, äh, Lozuni heißt mit seinem zweiten oder dritten oder vierten oder fünften Account heißt er... Faiz... Nee, wie heißt du? Enjoy Faisen. Enjoy Faisen, genau. Also, das sind die kreativsten Arme hier. Ich würde mal an deiner Stelle mal langsam finishen, ne? Ja, ich komme da nicht hin, Mann. Du kleiner Herr, Poppika. Und du willst Minecraft-YouTuber sein. Ja, ich bin Minecraft-YouTuber. Lo, okay. Logisches, ey, ooo. Was? Zehn Sekunden, Anna? So, jetzt muss ich mal sortieren. Einmal FMS. Lo... Okay. Geschiss. Wollt schon mal E-Bände, wenn ihr das sagt. Hey, Daniel, hinter dir. Daniel, bitte in den Chest. Lege ich, oder? Lege das noch, oder lege das? Das ist aber lege. Ja, aber ich verfalle direkt hier jemand. Verloten. Verloten. Über dir, pass auf. Was geht hier ab? Max, 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 Max. Ich habe ich hier. Den, den habe ich schon ein bisschen angehebt. Ja, 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 ja. Chess, bitte, Chess, Chess, Chess. Ja, wo bist du? Kommt, alles. Oh, was ist was? Warte, geh mal weg, geh weg, geh weg, weg, weg. Dankeschön. Ja, bitte. Kein Dank. Wie viel Herz du, Max? Wieder einfach Fleck. Siebeneinhalb. Lol, was leckt hier so hart? Das ist nicht mehr Legend. Das ist aber leckt. Das ist aber leckt richtig extrem. Und jetzt, und jetzt staust du mir One-Hit-Up ernsthaft, was soll die Kacka, jetzt bin ich tot. Komm mal zum Basketball-Fall, dann Nilo hinter dir. Ich bin auch bereit. Ich bin tot, lol. Der leckt die Kacka. Ja, der leckt richtig extrem. Ja. Ich habe ein Herz. Ja, hol dir den. Kill doch. Haluten, ich habe dich getrillt. Easy, get rekt. Ja, dafür, wir tryharden jetzt erstmal ein bisschen. Ja, wäre ich auch dafür. Ja, ne, ich mit Faces-Combo und Faces-Skin, dann darf ich das ja auch. So bin ich. Oh, massige Schnetzel. Oh, sorry. Alle drei One-Hit-Up gestoppt, so easy. Wo seid ihr? Komm her, komm her, komm her, ich bin, ähm, ja, was ist das, dieses Runde-Dinges, Steinschwert. Zack. Jetzt schon wieder sterben, ja. Die Runde geht richtig. Also dein Gameplay ist halt schon Premium. Das ist echt Premium, muss ich echt sagen. Darf ich Ihnen auf jeden Fall ein Like da was haben? Äh, ja, auf jeden Fall ein Like da was. Hat jemand von euch keinen Steinschwert? Äh, nein. Jeder hat, glaube ich, eins. Okay. Ja. Weil ich hab zwei, nämlich, deswegen. Hab doch vielleicht irgendeine, weil ich nicht so weit bin. F3A? Vielleicht geht's ja auch ein 1-8. Ne. Das ist, F3A ist Chunk-Loading, oder wie? Ja. Kannst du manchmal Leute sehen. Nein, Sie will gehen. Ach so, ja, das macht Bastim auf, auf Dings, auf, ähm, auf, wie heißt der Server? Oder MCSG, oder sowas. Mhm. MCSG, ja. Was macht die? Hä? Sind die dumm, oder so? Mein Kill, mein Kill. Oh! Nein, das war aber meine Ehrenstrafe. Ey, ich hab ein Eis, ähm. Ich hab auch eins. Nein! Ich konnte es nicht mehr aus der Killsteuer holen. Vorsicht, Vorsicht! Hinter uns. Tot. Lol, ich blick nix. Ich bin auch tot. Ich wollte euch nicht hitzen. Ja, eh, aber ich wollte dich irgendwie sinnlos draufhauen. Sorry, Max. Ja, okay. Hey, was ist denn da? Bist du da drin in dem, in dem Haus? Ah, das ist da. I am a bobica. Oh je, Alter. Also, ich ghoste einfach mal nicht, ja. Oh, ich mag's. Was? Nein! Haha! Digga! Wie hat der mich noch gekriegt? Toll, es hat so gute Sache. Okay, nices Gameplay auf jeden Fall. Ja, gut, ich mein, der war, ich hab neun Kills, das war schon nice, aber. Digga, der ist in dem komischen Haus da drin. Den hole ich mir jetzt was auf. Junge, so lech. Er hat mir einen Bowhit gegeben und das hat er ausgemacht. 100%. Parkt ja viel bessere Sache wie ich. Und du lagst grad ein bisschen. Und der hat ein Bowge ernsthaft. Ja, du lagst echt ein bisschen doch. Du hast schon nur vier. Juckt mich nicht. Oh, schön, 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 schön. Also, ich sag jetzt schon mal, lasst ein Like da. Lasst ein Like und ein Abo da. Easy! Ah, nice. GG. Also gut. Also, wenn ihr das Video bis hier anguckt habt, schreibt auf jeden Fall mal Hashtag aktiv in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich ein Abo wäre natürlich auch... Hack! 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 Amk! Amk! I see it! Also gut, wenn es euch gefallen, lasst ein Auro da und haut rein. Ciao! Ciao! Ciao!